Und deshalb gab es eine Krisensitzung und ich musste natürlich die Diskussion leiten. Ah ja, natürlich, ja, ganz klar. Ja, und das habe ich wunderbar hingekriegt. Ja, wir haben ein Spitzenergebnis. Ja, und? Was habt ihr jetzt für eine Regel getroffen? Wir haben verabredet, dass die Handys vor dem Essen ausgeschaltet werden, damit es nicht klingelt, damit keiner daddelt und sonstiges gestöre, ne? Ah, super, das ist aber sehr weitgreifend, ne? Ja, dank mir unterhalten sich jetzt alle wieder miteinander. Ist ja toll. Ja. Sag mal. Hä? Was ist denn los? Was willst du? Was? Was?